Willkommen alle, mein Name ist Adam Weezer und ich werde heute Abend sein für eine weitere Installation von Loremaker's Guide to the Galaxy. Spannendes System hier, gerade für die Lore- und Geschichtsfreaks unter euch wird es unglaublich interessant sein, denn hier haben wir wirklich jede Menge Geschichte, die uns der liebe Adam Weezer präsentieren wird und ich werde euch dafür eine deutsche Tonspur liefern, damit ihr voll informiert über dieses System dann ins Spiel starten könnt. Es ist ein bisschen lang, ich gebe es zu, aber wir haben viel, viel zu erzählen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr die Episode findet, denn mich persönlich als Fan hat sie total begeistert. Davian ist eins der wichtigsten Sternensysteme der UEE. Wir starten nämlich von der Erde aus und sehen jetzt schon, dass der Sprungpunkt zu Davian direkt am Soul-System dran ist. Das heißt, Davian ist eins von nur zwei Sternensystemen, das tatsächlich eine direkte Verbindung zum Soul-System und damit ja auch zum Muttersystem der Menschheit hat. Demnach ist Davian also ein sehr, sehr wichtiger Ort, natürlich auf der einen Seite für tatsächliche Zollbestimmungen, Grenzkontrollen, um eben ins Muttersystem der Menschheit zu springen und außerdem, weil es eine sehr, sehr wichtige Handelsroute einnimmt. Das heißt, Soul und Terra sind unter anderem über Davian verbunden, das heißt, der direkte Weg über fünf Jump Points führt dann eben über Davian und dementsprechend ist es auch als Handelsknotenpunkt ein sehr, sehr interessantes und wichtiges System. Wenn wir jetzt also ins Davian-System springen, um es uns genauer anzugucken, dann beginnen wir natürlich immer mit dem Zentralstern und das handelt sich hierbei um einen K-Klasse Hauptsequenzstern, der in einem gelblich-orangenen Licht erscheint. Der Stern an sich ist etwas kühler als die Sonne in unserem Sonnensystem. Eine Durchschnittstemperatur von 5.316 Kelvin liegt etwas unter dem, was unsere eigene Sonne im Durchschnitt leistet. Die liegt etwa bei 5.778 Kelvin. Demnach ist Davian der Zentralstern ein wenig kühler als unsere Sonne, aber bietet trotzdem sehr, sehr gute Voraussetzungen für Leben und ein entsprechend gutes grünes Band. Um das System jetzt aber im Detail anzugucken und die vier Planeten im Einzelnen durchzugehen, arbeiten wir uns heute ausnahmsweise mal von außen nach innen und beginnen dementsprechend relativ weit draußen mit Davian 4. Davian 4 ist ein sehr, sehr spannender Planet, weil er erstens relativ nah an einem Sprungtor liegt, aber vor allem ist er ein eigentlich unbewohnter Eisgigant, der normalerweise gar nicht wirklich weiter ins Gewicht fallen würde, wenn man sich auch das Davian-System ansonsten ansieht. Aber er beherbergt in seinem Orbit etwas sehr, sehr Einzigartiges und Spannendes, nämlich das sogenannte Banu-Freundschaftsmuseum. Dieses ist zwar eines der Projekte, was gerne vergessen wird, wenn es um Ressourcenzuweisung innerhalb des UEI-Senats geht, aber dennoch ist es ein sehr wichtiger Ort, denn tatsächlich fand in Davian im Sternensystem hier einen Sprung entfernt von der Erde der Erstkontakt mit den Banu-Stadt. Dieser passierte im Jahr 2438 und zwar traf hier einen Explorer, der tatsächlich auf der Suche nach Jump Points war im Davian-System, auf einen Banu mit dem Spitznamen Jerry. Dieser Banu war in einer Merchantman unterwegs und war genauso erstaunt über das Auftreten einer anderen Spezies, wie auch der Mensch selber, der ihn entdeckt hat. Vandal Dobbs hieß übrigens an sich der Entdecker des Davian-Systems, was nur kurz davor entdeckt wurde, nämlich im Jahr 2430. Der hat übrigens ganz klugerweise das Davian-System nach seinem Schwiegervater Davian benannt. Das ist vielleicht ein guter Schachzug gewesen. Aber ja, acht Jahre später wurde dann der Erstkontakt tatsächlich mit den Banu aufgenommen. Danach ging natürlich die ganze Maschinerie los. Die damalige UNE, die United Nations of Earth, sandten also erstmal das Militär und überprüften Jerry und seine Banu-Merchantman auf das Gefahrenpotenzial. Tatsächlich, die erste Begegnung fand sogar statt, indem sich Schüsse aufeinander abgefeuert wurden. Also das heißt, die in Panik geratene Mensch eröffnete das Feuer auf den armen Jerry, der aber glücklicherweise schoss daneben. Also er wurde nicht getroffen. Und danach haben sie sich sogar zu einem Meeting zusammengefunden. Das Militär kam dazu und nachdem kurz darauf festgestellt wurde, dass man eigentlich eine gleiche Sprache sprechen kann, dass man sie zumindest findet, dann wurde tatsächlich das erste intergalaktische und vor allem zwischen zwei außerirdischen Rassen oder zwischen zwei Rassen in der Galaxie existente Friedens- und Handelsabkommen geschlossen. All das war eben dann bei Endavian der Startschuss. Und als sich dann über die galaktische Karte, als sie sich weiter verbreitete, merkte man, dass Davian gar nicht an der Grenze zum Banu-Raum liegt. Wenn man sich jetzt die Karte anguckt, wird man feststellen, dass man kaum die anderen Systeme wie Geddon oder Bacchus überhaupt zu sehen kriegt, weil sie sehr weit entfernt sind. Daher stand die Frage, wie denn der Banu-Jerry dort überhaupt hingekommen ist. Und tatsächlich stellte sich irgendwann heraus, dass es sich bei ihm ein Flüchtling handelt, der versucht, vor wirtschaftlichen Interessen und vielleicht dem einen oder anderen krummen Geschäft aus dem Banu-Raum zu entkommen und deshalb ziemlich weit geflogen ist mit seiner Merchantman. Daher war auch leider die Hoffnung schnell erstickt, dass sich sehr schnell dort in Endavian dann anfingen, Unternehmen anzusiedeln, um eben diesen neuen Handelsvertrag mit den Banu auszunutzen. Aber leider waren die Banu halt weit entfernt und darum hat sich dieser Plan für die meisten Unternehmen nicht ausgezahlt. Nach dieser ersten kleinen Geschichtsstunde machen wir jetzt aber weiter mit den Planeten, und zwar Davian 3. Das ist ein Gesteinsplanet, ein sogenannter Smog-Planet, wie Adam Weasner ihn hier nennt, mit einer sehr gefährlichen Atmosphäre. Diese besteht nämlich aus sehr aggressiver Säure und kann sogar den Aussagen nach Schiffsrümpfe zum Schmelzen bringen. Demnach ist der Planet natürlich eine absolute No-Go-Zone. Dort sollte sich niemand in der Gegend aufhalten. Allerdings muss man sagen, für mich ist er so ein bisschen das Las Vegas von Star Citizen, denn der Planet soll gerne von kriminellen Banden genutzt werden, um sich um Schiffe oder um Kontrahenten oder insgesamt Leute, die sie nicht so gerne wieder auf der Bildfläche sehen möchten, zu entledigen. Das bedeutet, es ist ein bisschen wie die Wüste von Las Vegas, wo das Ganze ja natürlich auch lange gemacht wurde von der Mafia da. Und von da aus geht es dann auch direkt weiter, und zwar zu dem eigentlichen Herzstück von Davian, und zwar Davian 2, dem sogenannten Planeten Sestulus. Der hat eine Hauptstadt, die nennt sich Jada, und die ist wiederum Teil der zweiten großen Geschichtsstunde, die ich jetzt für euch habe. Denn Jada ist in vieler Hinsicht ein sehr, sehr interessanter Ort. An sich ist Sestulus im 26. Jahrhundert in den Senat gekommen, seitdem anerkannt auch beim UEI mit einem eigenen Stimmrecht innerhalb des Senates und als allererstes einmal bekannt für den Firmensitz von Aegis Dynamics. Aegis Dynamics ist ja allen bekannt durch die Herstellung der Sabre zum Beispiel als neuen Jäger und insgesamt als einer der bekanntesten Schiffshersteller. Und dazu muss man sagen, dass Aegis Dynamics ihre Firmengeschichte begonnen hat, tatsächlich als ein Zusammenschluss von zwei Firmen, nämlich einmal Aegis Macrocomputing, das seinen Firmensitz auf der Erde hatte, und dann Dynamics, das selbst auf Davian saß, und die haben sich zusammengeschlossen zu Aegis Dynamics und Davian dann zu ihrem HQ gemacht. Dort findet man übrigens, wenn man das besuchen möchte, einen großen Showroom, eine riesige Landschaft, wo die ganzen Schiffe ausgestellt werden, wo man sie sich genau anschauen kann, kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel die VW-Werke hier bei uns in Wolfsburg. Außerdem war Aegis Dynamics lange, lange Zeit der Lieblingshersteller der Messer-Dynastie, also diese Dynastie, die sehr, sehr viele historische Verknüpfungen zum Davian-System haben, hat eben auch jene, dass Ivar Messer und seine Nachfolger, das Aegis Militärdesign sehr favorisiert haben. Und nach dem Fall des Messerregimes war es tatsächlich so, dass da Aegis Dynamics ein, ja, wenn man so möchte, ein Public Relations Problem hatte. Also es hatte eine sehr schlechte Meinung. Es wurde fast als Symbol genutzt für die Arbeit und die Verbrechen auch des Messerregimes. Und deshalb hatten sie tatsächlich ein ziemliches Problem, wieder eine gute öffentliche Meinung und einen guten Ruf herzustellen. Und viele der Raumschiffe landeten damit auf dem Second-Hand-Markt und wurden, die eigentlich für Militäre schon so gedacht waren, dann in leicht abgewandelter Form und zum Teil ausgeschlachtet, eben auf dem Second-Hand-Markt verkauft. Das wiederum führte dazu, dass die Marke auf einmal wieder populärer wurde, und zwar im zivilen Bereich. Und das hat tatsächlich zu einem Aufschwung geführt. Das heißt, Aegis Dynamics ist heutzutage wieder sehr gut im Rennen, hat, wie gesagt, mit der Sabre auch einen neuen Prototypen rausgebracht, der sehr interessant ist, sowohl für militärische als auch zivile Nutzung. Und dementsprechend kann man dort sagen, sie versuchen gerade wieder, ihr Image ein bisschen aufzubessern. Weiterer Eckpunkt in der Geschichte ist nicht nur die Ansiedlung von Aegis Dynamics, sondern eben auch das Jahr 2525. Dort kam es nämlich tatsächlich zu einem großen politischen Ereignis, nämlich der Vorschlag der Common Laws, also der allgemeinen Gesetzgebung innerhalb des UNE beziehungsweise des heutigen United Earth Empires. Da wurde der Grundstein in Davian gelegt, nämlich von einem Senator. Von hier wurde vorgeschlagen, dass alle Planeten die gleichen Rechte bekommen an sich. Das beinhaltete vor allem eine Selbstverwaltung der Planeten, die zwar kontrolliert und gesteuert über den Senat wird, aber ansonsten keine Intervention des Senates auf dem einzelnen Planeten vorsieht. Das ist heutzutage ein Fundament des Bürgerrechts des United Earth Empires. Und hier auf Davian wurde da, genauer gesagt in Jeddah wurde der Grundstein gelegt dafür. Auch nachdem das dann verabschiedet wurde, nämlich schon im Jahr 2529, ging von hier aus die Initiative aus, eine einheitliche Währung zu machen, wobei das sehr, sehr umstritten war. Denn die eigene Bevölkerung hat auch gegen den Vorschlag der einheitlichen Währung, der UEC, rebelliert. Obwohl sie auch von vielen Sternensystemen direkt mit eingebracht und unterstützt wurde, gab es direkt in Jeddah große Aufstände deshalb. Zwei Wochen haben die sich gehalten und erforderten tatsächlich einen Militäreinsatz, weil die Angst sehr groß war, dass es zu einer Wirtschaftskrise kommen würde, wenn eine einheitliche Währung über das ganze System, also über mehrere Systeme und über das ganze Imperium eingeführt wird. Dazu muss man erklären, dass Jada einen besonderen Eyecatcher hat, das heißt eine besondere Architektur. Die Stadt besteht nämlich großteilig unter riesigen Biodomes, das heißt solchen Atmosphärenkuppeln. Das hängt mit einem Zwischenfall zusammen, der beim Terraforming von dem Planeten Sestulus und dementsprechend auch Jada passiert ist. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber in jedem Fall wurden diese Biodomes eben von den Aufständischen besetzt und zwei Wochen gehalten, trotz des Militärs, was eben schon die restliche Stadt und insbesondere den Orbit besetzt hatte. Aber da die Aufständischen Kontrolle über die Atmosphärenumwandler gewonnen hatten und darum auch das Militär befürchtet hat, dass sie einmal die Atmosphärenumwandler abstellen könnten, was zum Tod von Hunderten, wenn nicht gar Tausenden von Zivilisten geführt hätte, sondern ihnen sogar klar war, dass sie auch einfach Gase einleiten könnten, giftiges Gas, um eben die Atmosphäre tatsächlich zu verpesten. Dann hätte das auch eine nachhaltige Auswirkung gehabt auf Jada als Wohn- und Lebensort überhaupt. Und das wollte das Militär nicht riskieren. Deshalb haben sie versucht, eine Verhandlungslösung zu finden und mit einem letzten Waffeneinsatz, bei dem dann ein paar hundert Zivilisten verletzt wurden und zwei Polizisten getötet wurden, konnte der Aufschlag dann auch niedergeschlagen werden. Allerdings hat das Militär ziemliche Kritik dafür eingefahren, dass es so lange gebraucht hat, um diese Situation zu klären. Zwei Wochen waren die Menschen auf Sessolos und im ganzen Davian-System eben in Angst und Schrecken versetzt. Und weshalb es überhaupt zu diesen Biodomes kam, die auch später nochmal eine wichtige Rolle in der Geschichte des Systems haben, das hängt mit dem ersten Terraforming des Planeten zusammen. Hier wurde nämlich einer jungen Firma, das einfach das günstigste Angebot abgegeben hat, direkt dieser Großauftrag mit dem Terraforming dieses wichtigen Planeten übergeben. Und diese Firma hatte tatsächlich noch relativ wenig Erfahrung mit der Terraforming-Technologie. Nun wissen wir aus anderen Galactic Guides und der Geschichte von Star Citizen, dass Terraforming an sich schon eine schwierige Sache ist und meistens nicht glückt. Bei Sessolos ist es so halb geglückt. Das heißt, die Atmosphäre, die dann entstanden ist auf dem Terraplaneten als Konsequenz des Terraformings, ist sehr, sehr dünn. Das heißt, sie ist atembar, aber eben nur schwer erträglich auf längere Zeit. Man könnte sich das so ein bisschen vorstellen, erzählt uns hier Adam Wiesner, dass, als wenn man auf dem Himalaya wohnt oder eben in die höheren Regionen des Mount Everest ausbricht. Das heißt, es ist tolerabel, aber eben nicht ideal. Und deshalb wurden große Biodomes errichtet, eben um größere Siedlungen noch mit einer besser atembaren und verarbeitbaren Atmosphäre zu auszustatten. Und diese sind nach wie vor eben ein großer Blickfang dort. Ja, aber diese sind eben auch ein Teil der zum Teil tragischen Geschichte, die das gesamte UII durchzieht. Nämlich als nächsten Punkt im Jahr 2545 sind die Biodomes ein Auslöser für eine sehr, sehr große politische Veränderung im ganzen United Earth Empire beziehungsweise dann eben auch dem damaligen UNE. Denn sie werden Ziel eines Bombenanschlages. Das heißt, hunderte Tote gibt es, nachdem mehrere Biodome-Kuppeln eingestürzt sind, nachdem sie mit Bomben eben zum Einsturz gebracht wurden. Und dieser Anschlag ist nur einer von einer Bombenserie aus sechs Attacken, die sich auf zentrale strategische Ziele des Empires konzentrieren. Das heißt, die wirklich tatsächlich Angst und Schrecken unter der Bevölkerung verursachen. Und vom damaligen Regime und dem sogenannten High General, ein junger, aufstrebender Mann, der sich in der Schlacht von Idris sehr nach vorne getan hat, namens Ivar Messer, den Xi'an angehangen wird. Das heißt, offiziell wird verbreitet, verbreitet, dass die Xi'an als Terroristen für diese Anschläge verantwortlich sind, direkt also das Imperium angegriffen haben. Und was er aus den Anschlägen von Cestulus hier im Davian-System und den anderen fünf ableitet, ist, dass er die Regierungsform unstrukturieren will. Aktuell, zu diesem Zeitpunkt, wurde das Imperium aus einem Triumvirat regiert, nämlich dem sogenannten High General, das war Ivar Messer selbst, dem High Secretary und dem High Advocate. Und dieses Triumvirat stellt er im Hintergrund auf die Anschläge, die erfolgt sind im ganzen Imperium und auf die erfolglosen Ermittlungsarbeiten, die daraufhin folgten, eben klar, dass dieses Gremium und diese Art von Regierungsform nicht mehr mit der seiner Meinung nach anwachsenden Krise der Xi'an mithalten kann und nicht entscheidungsfähig ist. Deshalb schlägt er den sogenannten Prime Citizen vor, also der, der im Grunde genommen alle Macht auch auf sich vereinigt, erst in Form von Notstandsgesetzen, später dann eben auch vollständig. Und dieser Durchbruch macht ihn dann schließlich eigentlich de facto zum Imperator, womit das dann eben auch zu einem Imperium wird, von dem eigentlichen staatlichen Zusammenschluss. Also hier in Davian findet sich einer der Ursprünge für dieses, ja, für diese Entwicklung, die im Endeffekt Ivar Messer dazu verholfen hat, dass er, ja, zum Imperator des Imperiums wurde und danach eben sich eine Schreckensherrschaft fortgesetzt hat. Aber auch hier wiederum in Davian ist einer der Punkte zu finden, wie diese Schreckensherrschaft der Messers, die sich ja über eine ganze Dynastie dann hinzog. Insgesamt sechs Imperatoren haben die gestellt, so wenn ich informiert bin. Hier wurde dann auch wiederum Aufklärungsarbeit zu den Verbrechen und den tatsächlich zum Teil schrecklichen Vorfällen geleistet. Denn, und das ist der nächste Punkt in der Geschichte von Sestulus, Jada und insgesamt dem Davian-System, als die Messer-Ära vorüber war, im Jahre 2806 herum, gab es ein Komitee, das gegründet wurde, um eben diese Verbrechen aufzuklären und beziehungsweise auch zu versuchen, nachzuvollziehen, wie alles soweit gekommen ist. Und in diesem Komitee saß eine junge Ermittlerin mit Namen Cindy Carmack. Und diese Cindy war eben maßgeblich beteiligt an Untersuchungen, insbesondere was die Entstehung des Regimes anging und vor allem die Bombenanschläge, also diese Anschläge-Serie von sechs Anschlägen, die sich über das ganze UNI zog, um das nochmal genau zu untersuchen und hinter die Kulissen zu blicken. Und sie hat ein Buch geschrieben, als die Untersuchungen abgeschlossen waren. Das Buch heißt Der Weg zum Prime Citizen, ist zu einem Bestseller geworden innerhalb von kürzester Zeit und kam zu dem Ergebnis, dass Eva Messer selbst hinter den Bombenanschlägen steckte. Dafür wurde ihre hauptsächliche Ermittlungsarbeit tatsächlich auf Sestolus geführt. Sie hat also herausgefunden, dass zwei ehemalige Kameraden von Messer, Cyrus Ishitaka und Adam Kaur, eben überall dort nachgewiesen werden konnten, wo die Bombenanschläge stattgefunden haben. Ishitaka war Sprengstoffexperte und Kaur war Infiltrationsexperte. Ishitaka tatsächlich wurde ein paar Tage nachdem die letzten Anschläge erfolgt sind, tot in einer, erschossen in einer Seitengasse von New York City aufgefunden. Und in den späteren Obduktionsergebnissen, das heißt in Jahrhunderte später, hat man dann herausgefunden, dass unter seinen Fingernägeln eben, ja, Überbleibsel von Xi'an Sprengstoff gefunden waren. Und die Verbindung zum Messer war klar. Daher konnte man sagen, es konnte nicht hundertprozentig bewiesen werden, dass Messer hinter diesen Anschlägen steckte. Aber es ist heutzutage eigentlich innerhalb des UEE anerkannt, dass das so gewesen ist. Und auch der Adam Kaur, der Infiltrationsspezialist, hat danach eine prominente Rolle bekommen, nachdem er eben die Zugänge zu diesen jeweiligen, sehr, sehr schwierig zu erreichenden Orten eben gab, um dort die Bomben legen zu können. Wir sind aber noch nicht fertig mit der interessanten Geschichte von Sestulus. Es geht noch ein Stückchen weiter. Und zwar ist außerdem Jada die Gründungsstadt von Apocalypse Arms. Den Waffenhersteller kennt ihr schon aus dem Arena Commander, zum Beispiel durch die Apocalypse Arms Gatling, die sich an der Schnauze der Vanguard befindet. Ja, und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die dort auch entstanden ist. Und zwar im Jahr 2792 kaufte ein Großindustrieller, der einen Hang für exotische Waffen und eben als Waffensammler bekannt war mit Namen Dalton Carabello eine Kiste unbekannten Inhalts, es war nur klar, dass sich darin Waffen befinden, auf einer Auktion. Und als er zu Hause die Kiste öffnete, fand er zwei völlig neuartige und in ihrer Art unbekannte Waffen. Und da er Waffenexperte selbst war, hat er sich sehr, sehr gewundert, was es mit diesem Fund auf sich hat. Hat tatsächlich dann angefangen, um die Waffen von seinen eigenen Leuten erforschen zu lassen und kam dabei auf eine Waffenspezialistin, das heißt eine Ingenieurin mit Namen Juliet Mopin. Und diese hat eine sehr, sehr interessante Geschichte hinter sich. Denn zur Zeit des letzten Messerherrschers, Imperators, das war der sechste dann, ich glaube, Ivar Messer der sechste, war sie von diesem kontaktiert worden, der befürchtete, dass eben eine Revolution losbricht und dass er dafür eine besondere, neue und sehr durchschlagskräftige Art von Waffen benötigt. Und sie wurde auf geheime Art und Weise kontaktiert und hat dann, weil sie wusste, was das für ein prekäres Thema ist, eben auch die Verborgenheit gesucht und im Verborgenen dann eben Waffen, neuartige Waffen entwickelt. Nach der Fertigstellung dann wiederum per tatsächliches Paket wird an Ivar Messer geschickt, beziehungsweise an die Regierung. Doch da geschah schon das Massaker, was dann dazu führte, dass die gesamte Messer-Dynastie entthront wurde. Das heißt, Ivar Messer der sechste, hat diese Prototypen der Waffen niemals erhalten. Und sie wurden über Jahrhunderte in einem Lagerhaus in Davion gelagert, bis sie dann eben zur Auktion kamen. Und Schluss und letztendlich ist dann so war, dass sogar noch der Dalton, der sie gekauft hat, dann auch noch die Aufzeichnungen finden konnte, die damals angefertigt wurden und jetzt mit Apocalypse Arms eine Firma gegründet hat. Gibt es schon eine Weile, aber eben auf jeden Fall darauf basierend die Firma gegründet hat, die tatsächlich auch heute noch damit werben, dass man jetzt hier Waffen bekommen kann und erwerben kann, die eigentlich für die Messers bestimmt waren, aber jetzt eben exklusiv auf dem zivilen Markt auch zur Verfügung stehen. Das ist tatsächlich jetzt der Werbe-Catch von dieser Apocalypse Arms Firma. Kann man halten von, was man möchte, aber in jedem Fall ist es eine wichtige, interessante Geschichte. Und als Abschluss zu diesem Planeten, was ja jetzt nun wirklich sehr ausführlich war, möchte der liebe Herr Adam Weezer uns noch eine persönliche Note mitgeben, nämlich eine Prominenz kommt von Davion Elroy Cuss. Wer die Spectrum Dispatches und gerade Starwatch ein bisschen verfolgt, weiß, dass er immer mal wieder gerne dort zu Gast ist und Adam Weezer möchte gerne sich vor diesem Charakter verneigen, denn er stellt für ihn sozusagen den Keith Richards des Star Citizen-Universums vor. Jemand, der alles mitmacht, jede Droge nimmt, auf jeder Party will, tanzt und am nächsten Morgen trotzdem auf der Bühne stehen kann, auch wenn er dann aussieht im Grunde genommen wie ein Waschlappen, der zu heiß gewaschen wurde. Aber in jedem Fall kann man sagen, Elroy Cass ist eben dieser Prominente und stammt aus dem System. Und damit bleibt noch ein ganz bisschen Zeit, um noch auf Davion I einzugehen. Davion I ist ein Gesteinsplanet, ohne Kern oder Atmosphäre, am besten vergleichbar eigentlich mit unserem Mond und dementsprechend weder für Ressourcen noch für eine andere Nutzung interessant und somit bleibt er im Grunde genommen das stiefemütterlich behandelte Kind im Davion-System. Ja, das war die Episode zum Davion-System. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert den Channel, ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst uns ein paar Kommentare da. Bis dann und Sawyer verabschiedet sich mit einem See you on the Flight Deck.